ich heiße euch ganz herzlich willkommen heute wieder zu unserem online-gottesdienst und wie ich letzte woche gesagt habe es ist eines der guten themen die wir gerade haben ist ja dass dass wir den gottesdienst in unsere häuser bringen und vielen dank dass du das tust vielen dank dass du dein haus öffnen ist für das wort gottes wo auch immer du gerade wirst in deinem wohnzimmer in der küche vielleicht noch eine schöne tasse kaffee oder mit müsli sogar oder was auch immer du gerade machst schön dass du dabei bist und ich werde heute noch mal an meiner letzten predigt anknüpfen dadurch die frage aufgeworfen ob das eigentlich der bille gottes ist dass wir zurückkehren zu einer normalität die uns so selbstverständlich war an die wir uns gewöhnt haben oder ob er möchte dass wir ein stück näher der realität des himmels oder der normalität des himmels rücken was für eine frage eigentlich eigentlich muss man kann man sich auch diese frage sparen denn es ist ja wohl selbstverständlich natürlich möchte gott dass das ist sein anliegen dass wir mehr und mehr die realität des himmels unserem leben widerspiegeln ausleben sollen und ich habe diese woche sehr viel über diese gedanken nachgedacht und mit einigen freunden auch darüber gesprochen was das bei uns macht dieser diesen dieser gedanke und es ist es ist so ehrlicherweise wenn man diesen gedanken weiter weiter verfolgt wenn man diesen wunsch tatsächlich so erfüllt sehen möchte dann bleibt uns nichts anderes übrig als sich ehrlich mit 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 seinem eigenen leben mal auseinanderzusetzen mit dem ureigenen lebensstil den man so lebt auseinanderzusetzen oder sich so richtig ernsthaft die frage zu stellen okay sag mal was möchte ich eigentlich mit meinem leben in diesen verschiedenen momenten meines lebens zum ausdruck bringen und das führt automatisch dahin dass man sich auseinandersetzt mit den themen die einen die das leben so geprägt haben dass wir dass wir entsprechende gewohnheiten uns angeeignet haben die dazu geführt haben dazu geführt haben zu unseren reaktionen ja das ist so diese erste reaktion zeigt ja immer das was in unserem herzen ist wenn ich mich reflektiere dann kann ich immer noch sagen okay ich hätte so und so reagieren können nächstes mal mache ich das anders aber tatsächlich das kennst du ja wahrscheinlich auch da kommt etwas auf dich zu und du reagierst und und du hast dir fest vorgenommen so reagiere ich nicht aber du reagierst trotzdem genauso so wie du das nie wolltest und und bist so irgendwie in so einem prozess und einem prozess ich lasse mich den so sagen so ganz ganz positiv in einem prozess ich möchte dass der himmel sich zeigt und ich reflektiere mich und ich merke wow da gibt es noch einiges zu tun da ist noch etwas in mir was irgendwo her geprägt worden war und das ist doch so selbstverständlich ja diese diese erste reaktion und ja der himmel soll sich gerne zeigen auf jeden fall aber unsere erste reaktion aber nicht so ein bisschen drauf aus zeigt doch unser herz sich ausgerichtet hat und und jetzt habe ich diesen gedanken so weiter verfolgt und dann ein bisschen ich durch die bibel gescannt und habe festgestellt weißt du die geschichten des alten testaments und die charakteren die da zum ausdruck kommen die zeigen genau das gleiche das ist also wir sind ja nicht alleine ja so es zeigt menschen die in den den vielleicht auch krisenzeiten wo sie zeigen mit ihren reaktionen wo tatsächlich ihr herz ausgerichtet war und das ist völlig egal wie lange sie mit gott unterwegs waren ja so die erste reaktion in einer jetzt sage ich mal krise beschreibt von wo man als erstes eine antwort erwartet oder wo man rettung sozusagen erwartet und das ist erstaunlich wenn man wahrnimmt dass das schon im fünften kapitel der bibel stattfindet nämlich da gibt es diesen mann der heißt lamech und er schaut sich diese ganze situation an in der mittlerweile die menschheit ist wir sind wie gesagt im fünften kapitel der bibel und dann bringt er seine ganze hoffnung zum ausdruck und seine ganze hoffnung ist in der nächsten generation und so heißt es eine erste mose 5 vers 29 da sagt er bringt also zum ausdruck so der wird uns trösten also sein sohn der wird uns trösten in unserer arbeit und der mühsal unserer hände und da gibt es noch ein bisschen anklage gegenüber gott aber das gucken wir uns jetzt mal nicht anders ist ja auch ganz oft so dass wenn dann man merkt okay wo ist jetzt hilfe so dass man da erstmal auch ein bisschen gott alles in die schuhe schiebt aber egal das gucken wir uns jetzt nicht an was aber wahr ist ist sein sohn das war dann nur nur ist wirklich ein tröster er ist wirklich ein tröster 120 jahre lang ruft dieser mann dieser nur ein trost denn der menschheit zu indem er nämlich sagt kehrt um zu gott und das drama an der ganzen geschichte ist keiner hört der botschaft zu die botschaft war einfach zu absurd wie jetzt zurück zu gott wir machen einen kleinen zeitsprung wir gehen zu abraham das ist einer dieser glaubens helden ein ganz besonderer mann einer von dem man sagt er also wenn wenn jemand geglaubt hat dann der auf jeden fall also wo er das neue testament ist voll des lobes von diesem glaubens helden und dann ist das so also er wird aufgefordert seine normalität zu verlassen also sein da wo er selbstverständlich drin gelebt hat er hatte eines tages wie gott sagt komm verlass mal hier da deine normalität deine umgebung und er wird aufgefordert gott in eine ungewisse zukunft zu folgen und immer wieder wenn ich diese geschichte lese und auch darüber lehre und und predige das erstaunt mich immer wieder bis hier dieses dieses ohne zu hinterfragen ja wohin wo soll es händen gehen und so wie stellst du das vor gott der macht sich einfach auf er geht einfach los und 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 ist 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 so zeigt einfach ja ich glaube diesen gott ich glaube dem wort ich gehe gott nach und dann kommt das nächste nächste thema ist hungersnot ist ich bin doch gott gefolgt was ist hier los was wir in dieser geschichte wahrnehmen ist abraham klagt wird auf keinen fall an er sagt nicht ja wieso jetzt ich bin jetzt hier gefolgt das müsste doch eigentlich alles hier easy going sein und so nein was er macht ist er denkt nach so jetzt habe ich eine hungersnot was mache ich jetzt und dann sagt er ich gehe nach ägypten und er geht nach ägypten und was er dort erlebt ist ja er erlebt dass er dort versorgt ist er hat keine hungersnot er bewahrt sich seine seine familie sein sein ganzes gefolge da wird bewahrt aber aber was was er erlebt ist das was er aus ägypten mitbringt wird ihn sein leben lang begleiten und ihm sorge machen und das ist ja nicht so das ist ja völlig in ordnung dass man nachdenkt also jetzt bin ich in einer situation die herausfordernd ist was mache ich jetzt ich habe einen verstand bekommen den ich einsetze und und logischerweise ist auch alles richtig aber der missing link der hier ist ist ich folge gott aber ich frage ihn nicht also ich verlasse mich mehr auf meinen verstand ich verlasse mich mehr darauf also wo kann ich mir jetzt hilfe holen und und da gehe ich dann hin ohne den zu fragen dem ich eigentlich folge verschieden das ist so diese 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 normale reaktion wir machen noch mal so einen zeitsprung und dieser zeitsprung das ist eine geschichte die man wahrscheinlich ganz selten ließ das ist im zweite chronik 6 16 so irgendwo mittendrin mittlerweile ist juda und israel sind zwei getrennte staaten oder reiche königreiche und und das drama ist der könig von juda und der könig von israel bekriegen sich gegenseitig das ist eine katastrophe an sich schon und dann ist da mal wieder so ein krieg und der der könig von israel der nimmt an stärke zu und der könig von juda der wird ein bisschen nervös und denkt okay wo kriege ich meine hilfe jetzt her wo kriege ich meine hilfe her und dann seine erste reaktion ist okay ich mache ein bund mit einem heidnischen könig so das macht er dann auch und das ergebnis ist jawohl der der könig von israel guckt sich das ganze an und jetzt wird er mir aber zu stark und zieht sich zurück also scheinbar war die war das schon eine gute idee also sich mit jemandem zu verbünden und da einfach mal zu zeigen wer hier der stärkere ist aber dann passiert folgendes mal hat es ja schon geahnt jetzt sagt gott so zu einem propheten er gehen wir zu dem könig von juda erzählen wir mal ein bisschen was ja was er denn zu sagen und er sagt der prophet zu dem könig von juda sagt immer ich soll ja von gott sagen folgendes der herr das wird in 2 chronik 16 vers 9 der herr behält die ganze er dem auge damit er denen beistehen kann die ihm mit ungeteiltem herzen vertrauen und dann werde ich das so so richtig nett ausgedrückt heißt nämlich du hast dich diesmal verhalten wie jemand der keine einsicht hat ja und das bedeutet also dass er eigentlich sein leben lang oder wahrscheinlich sein sein ich habe das jetzt nicht studiert aber dieses diesmal zeigt mir dass er sich eigentlich in den letzten zeiten immer auf gott verlassen hat aber diesmal seine erste reaktion war nee nee ich weiß nicht ich ich hol mir mal hilfe woanders her und das ergebnis wird dann so beschrieben dass gott ihm sagt von jetzt ab von jetzt ab wirst du ständig krieg haben oh man so ist das wollte man ja nicht vermeiden so aber aber diese diese was was wir da sehen diese erste reaktion ich verlasse mich woanders drauf und das führt dazu dass er auf gar keinen fall mehr in seinem leben zur ruhe kommt diese erste hilfe war eben nicht die hilfe die lange gewährt hat ich möchte das nur so ein bisschen uns gezeigt haben dieses diese erste reaktion ja also dass das 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 ist ein uraltes problem ist irgendwie man sagt ich glaube an gott man folgt gott und dann passiert etwas und schon er zeigt das was in einem ist dass man ja dass man sich woanders drauf verlässt jetzt haben wir letzte woche gehört dass unser glaube an gott das ist sehr vorwärts gerichtet er hat immer ein ziel unser glaube an gott hat immer ein ziel und spätestens letzte woche haben wir gelernt dass das ziel unseres glaubens das ist dass wir durch unser unserem unser leben gott offenbaren gott zeigen also die die herrlichkeit gott ist das reich gottes ja wir wir möchten durch unseren glauben wir möchten unseren glauben dem reich gottes ausdruck verleihen wo auch immer wir sind deswegen ja diese frage möchte wird das wird zurück in seine normalität kommen ja natürlich das war ja das ziel und diese diese göttliche absicht für dein leben und für mein leben diese absicht sehen wir ja schon bekanntermaßen in der schöpfung wir hören das hier sehr oft in der leuchtfeuer gemeinde weil mir persönlich das so wichtig ist dass wir so grundlegend immer die absicht gottes in unseren herzen tragen so ja was war grundlegend seiner absicht deswegen wiederhole ich das immer wieder und auch sehr gerne uns immer wieder daran zu erinnern nämlich dass man und frau den auftrag hatten fruchtbar zu sein sich in dem wer sie waren auszubreiten und die welt in der sie lebten zu kultivieren und dieser dieser und gott in investierte durch seinen geist ein teil seines lebens in den menschen und zwar mit gedanken des friedens und nicht des leidens sein geist in ihnen schenkt ihnen eine hoffnungsvolle zukunft und auch das haben wir letzte woche gehört gott ist der hoffnungsvollste investor aller zeiten jetzt habe ich vor einiger zeit einen artikel gelesen in dem eine politische theoretikerin in den 60er jahren etwas vorausgesagt hat nämlich dass der mensch irgendwann einmal zwischen arbeit und konsum gefangen sein wird und deshalb bezeichnete sie diesen menschen damals auch als weltlos was wollte sie damit sagen sie sie wollte damit zum ausdruck bringen dass dem menschen durch seine gefangennahme in arbeit und konsum nichts mehr daran liegen würde wie die welt aussieht so man zieht sich sagte sie auf sich selber zurück und dadurch wird man zum einzigen maßstab ich fand den artikel total spannend und das was sie da gesagt hat sie sprach so meinte sie von der heutigen zeit das war in den 60er jahren sie meinte also ich sehe in die zukunft und das wird irgendwann dann so sein aber tatsächlich beschrieb sie damit das womit sich der mensch seit seinem fall schon immer beschäftigt oder beschäftigen ließ nämlich mit sich selber wo bist du wo bist du hört der gerade gefallene mensch gott rufen wo bist du mit deinen gedanken und wo bist du mit deinen maßstäben gelandet und das ist das der der prophet im alten testament das ganz bekannte sah der jesaja der bringt die sehnsucht gottes zum ausdruck die sehnsucht gottes sich mit seinen söhnen und mit seinen töchtern oder sich durch durch seine söhne seine töchter dieser welt zu zeigen diese welt mit dem himmel zu erfüllen deswegen sagt gott auch in durch jesaja in jesaja 65 ich ließ mich finden von denen die mich gar nicht suchten das musst du dir mal noch mal so eine ruhe anhören ich ließ mich finden von denen die mich gar nicht sucht mit anderen worten der mensch war so sehr mit sich selber beschäftigt dass er gar nicht mehr wahrnahm dass ihm das göttliche leben abhanden gekommen war so sehr war der beschäftigt beschäftigt mit sich selber beschäftigt mit arbeiten mit konsum mit all dem was der umstand so gebracht hat aber gott und das ist das was 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 ich so spannend finde und was wir wahrscheinlich auch in den letzten wochen auch ein stück weit vielleicht wahrnehmen dieser zeit dass gott nutzt die umstände der menschen um sich finden zu lassen und deswegen sagt er im selben atemzug das ist im ersten vers zu einem volk das meinen namen nicht anrief sagte ich hier bin ich hier bin ich ja so also während gott ruft wo bist du ruft er gleichzeitig auch hier bin ich das ist doch irgendwie ein schöner moment oder wo bist du hier bin ich wo bist du hier bin ich warum macht er das damit der beschäftigte mensch ihn wirklich finden kann kannst du dir das so ein bisschen vorstellen dieser beschäftigte mensch am arbeiten konsumieren arbeiten konsumieren ist völlig konzentriert auf sich selber und dann hört er den ruf wo bist du und dann damit er gleich fokussiert ist sagt gott hier bin ich ja das ist so wie wenn ich mit unseren enkelkindern verstecken spiele ja dann ist das so eine zeit lang lässt man sie suchen sagt man auch hier bin ich und dann sind sie ganz glücklich dass sie einen gefunden haben jesaja sagt dass gott nicht nur sagt hier bin ich hier bin ich er sagt nein gott streckt den menschen auch noch seine hände entgegen damit sie halt haben jemanden in die hände zu fallen beschreibt ja eigentlich eine gefangennahme von er genommen aber die hände gottes strecken sich nach dir aus um die halt orientierung zuversicht hoffnung sicherheit und frieden zu geben das sind die hände gottes also der in sich gefangene mensch hat keine kraft keine kraft um sich selbst zu erlösen kann sich auch nicht einfach lösen von dem was ihm da jetzt so wichtig was ihn beschäftigt das nicht einfach so egal weil er in dem jahr lebt er kann sich nicht lösen von heute auf morgen von arbeit konsum und all diesen ganzen themen und wenn man manchmal manchmal liest man ja so so artikel so in zeitschriften in zeitungen wo wo menschen gefeiert werden die die genau diesen 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 dass mich das mal so sagen sind arbeits und konsum waren entronnen sind dann findet man das ganz ganz großartig und denkt oh ja das müsste ich auch mal machen aussteigen eine lange fahrrad tour eine welt tour ich weiß nicht jakobsweg wandern alles mögliche so ja das findet man alles cool aber der in sich gefangene mensch ja hat keine kraft um sich selbst zu erlösen kann sich nicht einfach lösen von diesem urproblem was in ihm ist und die antwort gottes ist dem menschen nicht nur seine hände entgegen zu strecken die antwort gottes ist nicht nur pass mal auf ich gebe dir jetzt eine religion damit du bisschen mit frommen dingen beschäftigt wirst das ist nicht die antwort gottes sondern sondern die antwort gottes ist ein versprechen ich verspreche dir dich wieder neu mit meinem geist zu füllen ich verspreche dir mich wieder in dein leben zu investieren mit einem teil von mir selber und damit bist du befähigt ein leben zu leben das den himmel auf diese erde bringt und deshalb sind das diese bekannten verse und das ist ja heute ein der pfingst sonntag und deswegen ist dieser vers ja wahrscheinlich in vielen gemein wird ja sicherlich heute gepredigt und weitergegeben nämlich dieses versprechen an gott schon im alten testament in joel kapitel 3 vers 1 da ist es und nach diesem will ich meinen geist ausgießen über alles fleisch und eure söhne und töchter sollen weiß sagen eure alten sollen träume haben eure jünglinge sollen gesichte sehen auch will ich zur selben zeit über knechte und mägde meinen geist ausgießen ja gott gibt dem menschen wieder die möglichkeit mit seinem lebensbestimmenden geist erfüllt zu werden und noch mal ich wiederhole das ja gott will sich wieder in deinen deinem leben mit seinem leben mit seinen möglichkeiten mit seinem geist investieren er ist optimist dieser gott und dann und dann leuten die evangelien das neue testament ein und die erste frage die uns im neuen testament begegnet lautet wo ist der neugeborene könig der juden ja warum warum wollt ihr das wissen was was ja ja weil wir wollen ihn anbeten wie ihr wollt ihn anbeten so der damalige herrscher der herrhodes ja der hat die damalige welt sozusagen repräsentiert ist aufgeschreckt denn es war ihm bekannt irgendwann wird einmal der christus der retter in die welt kommen und so tut er das was die maßstäbe der welt immer tun nämlich den menschen daran hindern ihrem retter zu begegnen sie versuchen ihn zu hindern versuchen die menschen zu hindern den anzubieten der sie erschaffen hat aber gott ich meine gott hat geplant zu gewinnen oder geplant zu gewinnen so wort ja dass die maßstäbe der welt machen was sie wollen 30 jahre später berühren die hände die herrhodes töten wollte geplagte menschen 30 jahre später strecken sich die hände gottes durch jesus christus den menschen entgegnen sie segnen sie heilen sie retten sie umarmen sie halten fest in allen stürmen sie beruhigen sie offenbaren das herz des vaters und sie setzen die maßstäbe des himmels auf dieser erde um und das war es doch was jesaja im alten testament gesehen hatte als er ausrief in jesaja 43 vers 18 gedenk nicht an das frühere gedenk nicht an das frühere achte nicht auf das vorherige denn siehe ich will ein neues schaffen ich will etwas wirklich neues schaffen jetzt wächst es auf erkennst du das denn gar nicht und dann gibt es diese verheißung ich mache einen weg in der wüste und wasserströme in der einöde so und wenn du also jesus begegnest erlebst du etwas völlig neues etwas was du nicht erwartet hast was nicht in die maßstäbe dieser welt passt und es kann gut sein dass es auch nicht in die maßstäbe von kirchen und gemeinden passt denn sobald denn sobald jesus auftrat sobald er in erscheinung trat änderte sich jede situation nichts war mehr wie vorher es war wie so ein entscheidungsmoment niemand konnte irgendwie achtlos an jesus vorbeigehen weil er weil er die atmosphäre des himmels wo auch immer er war hineinbracht seine erste reaktion war ich bringe den himmel seine erste reaktion ich offenbare den vater seine erste reaktion war nicht oh ich muss mich mal reflektieren seine erste reaktion war er widerspiegelte den vater wieder das war in ihm er war erfüllt von dem geist so und jetzt kann man sich das ja vorstellen jetzt kann man sich das vorstellen der 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 himmel berührt diese welt und es führt logischerweise zu einer auseinandersetzung zwischen der welt des himmels und der gefallenen schöpfung all diese reaktion von abraham von von diesem lamech oder von dem könig da ich glaube da ist wie es asa oder so keine ahnung wie er ist auf jeden fall dem könig von juda immer diese reaktion wird man sagen ja verstehe ich also das gab wird mir auch genauso passieren irgendwie ich würde gucken wo ich irgendwie hilfe er bekommen aber aber jesus der freut einen raus weil er sagt okay warte mal eigentlich will ich ja so sein eigentlich will ich genau das wäre cool wenn ich so reagiert hätte und so ist es endlich eine auseinandersetzung seinem sein maßstab seine reaktion passte einfach nicht in ihr denkschema und das muss man sich einfach mal eingestehen und sagt okay warte mal ja und wisst ihr während während also die hände jesus sich entgegen strecken während also gott seine hände durch jesus den menschen entgegen streckte ließen sich diese hände auch noch durch bohren das ziel war klar warum lassen sich diese hände auch noch durch bohren naja um in dir überhaupt eine grundlage zu schaffen dich wieder mit seinem geist erfüllen zu können die schuldlos vor gott darzustellen damit konnte ich sieht unser mir bleibt gar nichts anderes übrig ich muss mein geist in diesen schuldlosen besonders vollkommenen menschen hinein lehre ich muss ich muss das was ich in joel im alten testament das was ich da versprochen habe das muss ich jetzt in deinem leben erfüllen ich muss zu meinem wort stehen du bist schuldlos jesus sagt in johannes 16 vers 7 ich sage euch die wahrheit dann wusste ich erst der weg die warte und das leben sagt ja ich sage euch die wahrheit das steht sogar aber ich sage euch die wahrheit ja das nicht vielleicht war jesus ein bisschen verzweifelt ich sage euch wirklich die wahrheit ja ich meine es wirklich ernst es ist so wie es euch jetzt sage genau so wird sein es ist gut für euch dass ich weg gehe denn wenn ich nicht weg gehe kommt der tröster nicht zu euch wenn ich aber gehe werde ich ihn zu euch senden und wenn er kommt weder die welt der welt die augen auftun über die sünde und über die gerechtigkeit und über das gericht und er sagt also ich werde denen die nicht nach mir fragen zeigen dass sie mit ihrem leben das ziel verfehlt haben das werde ich tun ich werde all denen die nicht nach mir fragen zeigen dass sie mit ihrem leben das ziel verfehlt haben ich habe hoffnung für unser land ich habe hoffnung für jeden menschen gott wird sich in irgendeiner weise deinem leben zeigen du du bist vielleicht beschäftigt du weißt gar nicht mehr wie und wo und was und gott wird den umstand nutzen um sich zu zeigen du hast nicht nach ihm gefahren und er sagt hier bin ich wo hier bin ich das ist die weisung der geist gottes ist ausgesandt worden auf dieser welt um diesen beschäftigten menschen die möglichkeit zu geben gott zu finden und ich werde denen die nach mir gefragt haben zeigen was gerechtigkeit bedeutet das ist nämlich dieser neue stand den wir in dieser welt einnehmen mit den maßstäben des himmels ich schaffe etwas neues das alte ist vorbei das ist das überzeugt werden von der gerechtigkeit von dem wer ich bin in gott und dann werde ich allen die nach mir gefragt haben zeigen dass ich dass ich über den der die welt in das bekannte chaos gestürzt hat ich werde mit dem in den gerichtssaal gehen so und dann werde ich rauskommen sagt jesus ich werde rausgehen und ich werde euch das ergebnis bekannt geben dass der 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 schöpfer des himmels und der erde über ihn gesprochen hat und das ergebnis ist er ist besiegt und das ergebnis ist was ich euch zurufen werde nämlich ist folgendes er dieser fein dieser chaos bereiter dieser zerstörer der mörder hat kein anrechte mehr an meine söhne und an meinen töchtern jetzt kannst du mal ein wenig applaudieren in deinem wohnzimmer und das ruft gott durch seinen geist über diese welt er ruft es ich lasse mich finden von denen die mich nicht suchen und ich überzeuge diejenigen die mich gefunden haben dass sie meine söhne und töchter sind dass sie gerecht vor mir sind und ich rufe aus über diese welt der chaos verbreiter der vater der lüge ist besiegt und er hat keine anrechte mehr an deinem leben und dann kommt der moment wo die jünger tatsächlich genau das erleben sie erleben wie der geist gottes sie erfüllt und wie sie wie ihr eigenes leben plötzlich befähigt wird anders zu denken anders zu reagieren gottraum zu geben in einer nie geahnten möglichkeit einen maßstab zu leben einen maßstab zu leben wie in einem traum das kann doch das gibt es doch gar nicht an gnade und frieden zuzunehmen frieden freude liebe geduld zu erleben in situationen wo du denkst das kann nicht sein sie sind erfüllt mit dem geist gottes und merken in ihrem eigenen leben was für ein reichtum das bedeutet tatsächlich ein mit gottes geist erfüllter menschen zu sein und das ist doch ganz klar was jetzt passiert ist das was wir in der in der im neuen testament lesen was diese welt anfängt zu verändern bis zum heutigen moment sie begegnen dieser welt ihrer ihrer welt mit der liebe und der kraft gottes und sie revolutionieren die maßstäbe ihrer damaligen welt und diese bewegung ist nicht mehr aufzuhalten gewesen diese bewegung die kannst du gerne revolutionen ist mir egal wie du sie nennst wenn sie auch erweckung nennen das ist völlig egal aber sie ist nicht mehr aufzuhalten gewesen weil der geist gottes ausgegossen war weil gott seinen geist nicht mehr von dieser welt genommen hat bis heute gott sei dank und dass dieser geist gottes menschen rufen sagt hier bin ich hier bin ich hier bin ich damit der mensch reagieren kann aufhorcht aufhorcht in seinem in wahn an arbeit und konsum aufhorcht in seinem wahn sich selber als maßstab zu setzen und sie setzen diese jünger setzt mit ihrem leben neue maßstäbe die so attraktiv sind die so attraktiv sind dass immer mehr menschen jesus nachfolgen und wenn das reich gottes zunehmen soll mir gut zu wenn das reich gottes zunehmen soll dann muss dein leben als christ so attraktiv sein dass ein anderer mensch sagt ich folge gott lieber nach das reich gottes zunehmen soll da muss dein leben attraktiv werden und dein leben ist mit dem geist gottes attraktiv so attraktiv dass gott ist auch immer wieder so ein haken hinter deinem leben sagt super herr meine tochter mein sohn so erleben sie also die kraft gottes und sie wollen nicht mehr zurück sie wollen auf keinen fall mehr zurück sie wollen nicht mehr dass die maßstäbe dieser welt sie bestimmt sie möchten dass ihre erste reaktion die ist dass sie den vater des himmels offenbaren sie ihre erste reaktion in der in der erziehung der kinder die erste reaktion in der in der ehe die erste reaktion in den freundschaften zeigt wie sehr sie sich haben leiten lassen von dem geist gottes und sie 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 das sehen wir in den ganzen brief in den ganzen in den ganzen in der ganzen neuen testament sie wollen sich nicht mehr den maßstäben dieser welt sie wollen nicht mehr zurück sie tragen ein zeugnis in sich sie tragen ein erlebnis in sich dass ihnen die beispiellose liebe gottes gezeigt hat diese beispiellose liebe die sich in ihrem eigenen leben manifestiert hat ja die wir gerade durch das alte testament gesehen haben dieses dieses wie gott ruft die gott seine hände entgegenstreckt und wie er jedem menschen der ja zu ihm sagt berührt und erhebt und so sind sie überwältigt von dieser liebe gottes und darum war das was sie wirklich angetrieben hatte gar nicht das abenteuer die welt zu verändern das war gar nicht das abenteuer geschichte die geschichte schreiben zu müssen oder wunder zu erleben das hat sie nicht angetrieben das was sie angetrieben hatte war die liebe gottes das was sie angetrieben hatte war ihre liebe zu gott das war die liebe diese zu ihrem herrn jesus christus hatten den ruf die normalität des himmels auf die erde auf diese erde zu erleben begegnet gott und beantwortet gott vor 2000 jahren mit dem werk seines sohnes mit der ausgießung des heiligen geistes auf dein leben auf diese ganze welt ich wir beten als gemeinde dass es nicht wie zurzeit von noah ist ja dass die botschaft da ist dass die die rufen da sind aber der nation nicht hört so so noch mal möchte ich das wiederholen diese ganze bewegung die gott ins leben gerufen hat ist nicht aufzuhalten aber 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 sie kann in stocken geraten sie kann unattraktiv sein weil dein leben an attraktivität verloren hat weil deine erste reaktion sich nicht nicht einfach nicht das widerspiegelt was gott auf seinem herzen so und jetzt kann man sagen oh man das muss ich machen ich fühle mich gerade jetzt nicht so gut nein leg das mal zur seite will das noch mal wiederholen der ruf die normalität des himmels auf dieser erde zu leben beantwortete gott vor 2000 jahren mit dem werk seines sohnes und ich sagte am anfang der predigt dass es eine ehrliche auseinandersetzung benötigt braucht mit unserem ureigenen lebenstil aber eigentlich eigentlich fängt alles mit der frage an die jesus petrus gestellt hat hast du mich lieb und es ist irgendwie das was mein herz gerade ganz doll berührt was mir für dieses jahr fünften so wichtig geworden ist dass deine liebe zu jesus christus wird das wird der maßstab für alles sein was gott in den nächsten jahren dieser welt zeigen kann also weißt du ja es ist gut sich zu reflektieren und ja es ist gut zu überlegen also was bin ich eigentlich mit meinem leben zum ausdruck alles richtig aber viel besser ist darüber nachzudenken wie sehr liebe ich den der seine hände ausgestreckt hat der mir vergeben hat der mich schuldlos gemacht hat und der mich deshalb mit seinem geist erfüllt hat wie sehr liebe ich diesen gott vielleicht gehst du mit diesen gedanken einmal in diese kommende zeit dass du dir genau das überlegst und und nicht in irgendwelchen welche so schlechtes gewissen reaktionen gehst ja weil das ist alles unnötig es gibt keine verdammnis für die die in christus jesus gibt eine korrektur und vielleicht muss die korrektur sein ich schaue mir das werk von jesus an ich schaue mein schöpfer an und mein herz fängt wieder an zu schlagen mein herz fängt an zu schlagen für seine liebe und vielleicht bist du heute hast diese predigt gehört das erste mal oder sagst mensch ja ich habe jetzt wahrgenommen wie sehr gott mich liebt und wie sehr er hinter mir her ist um mich zu erreichen mit seinem geist und möchtest einen neuanfang mit gott starten oder behauptet dein leben jesus christus anvertrauen dann würde ich ich bitten einmal folgendes gebet mir nachzusprechen weißt du nicht nicht dieses gebet rettet dich aber dein glaube dein glaube an das werk von jesus christus aber mit einem gebet bekennst du das was in deinem herzen ist das tun wir jetzt einfach mal ich komme jetzt zu dir gott weil ich erkannt habe wie sehr du mich liebst und dass du dich durch mein leben dieser welt zeigen möchtest ich möchte dich um vergebung bitten wo ich deine ziele verfehlt habe mit meinem leben ich glaube dass dein sohn jesus christus alle schuld auf sich geladen hat und ich glaube dass ich neues leben in diesem moment empfangen und ich danke dir dass du mich in diesem moment mit deinem geist erfüllt danke dass ich dein sohn oder tochter sein darf ich wünsche euch eine richtig starke woche und dass die normalität des himmels immer mehr an realität gewinnt in deinem leben Amen Musik